Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und für mich war das zu dem Zeitpunkt wie ein Schlag ins Gesicht Dieses Gesicht ist so einmalig, dass man eine Person solchen Aussehens nicht zweimal findet Die Mundwinkel, der etwas leicht hängende Wangenbereich, der so ein bisschen an eine Bulldogger erinnert Wenn wir Menschen sagen, dass ich spreche wie Bildlinden, dass ich mich bewege wie Bildlinden Dann sind das so Parallelen Ich selbst habe das bemerkt bei meinen politischen Ansichten Ich wusste, sei da im Hussein halt ein Doppelgänger Also sozusagen, man arbeitet im Auftrag des Originals Und plötzlich stand ich da im Regierungsviertel vor ungefähr 100 Leuten von der Energiewirtschaft Und unterhielt mich über Energiepolitik Das sind ja alles Amateure Und da muss man dann rauskitzeln Also ich will da jetzt nicht groß angeben oder so Aber das haben mir ja auch andere gesagt Was du da draus machst, ne? Du bist ein bekloppter Kerl, ne? Es gab immer wieder Menschen, die wollten Autogramme von mir haben Ich glaube, ich habe manchmal auch eine Kreditkartenrechnung mit Bildlinden unterschrieben Okay, Bill, let's go! Du mal ein bisschen zackig, meine Herren